Als deutschsprachiger Nutzer ist man im Internet immer so ein bisschen der Horst, es gibt keine Torrents, auch Usenet ist ein bisschen schwerfällig in letzter Zeit geworden, deshalb jetzt hier ein paar Tipps, wie man trotzdem an die interessanten Inhalte kommt im Internet. Ich bin jetzt hier auf der Webseite predb.me, da werden quasi Releases gesammelt, dort bekommt ihr keine Dateien zum Download angeboten, sondern hier ist erstmal überhaupt nur eine Liste von verfügbaren Releases im Internet. Wir müssen an diesen Namen rankommen, um am Ende dann die Datei, die wir wollen, runterzuladen. Also einfach auf predb.me bin ich jetzt und wir suchen jetzt mal den Film Fight Club. Den Film Fight Club habe ich mir deshalb rausgesucht, weil Fight Club den gleichen Titel im Englischen auch hat, da gibt es ja viele Filme, die das haben. Also ich kann jetzt schon mal nicht über den Titel die Sprache bestimmen, die ich suche. Ich suche jetzt also mal Fight Club. Und das Problem ist, man findet hier allen möglichen Kram und ich suche aber den Film von 1999. Was kann ich jetzt also tun? Auf der rechten Seite seht ihr die Filtermöglichkeiten, also Fight Club passt ja soweit schon mal. Was ich natürlich jetzt machen kann, ist, ich kann ein Tag eingeben. Ich möchte nur 1080 P-Releases, also Full HD. Okay, das habe ich jetzt schon mal gefiltert, aber auch da ist relativ viel Krampf dabei. Ich kann natürlich jetzt auch noch den, als Tag noch den Codec festlegen, x264. Auch da kann ich nochmal auf Search gehen. Das grenzt jetzt auch schon wieder ein bisschen ein. Also hier an der Seite seht ihr immer die Anzahl der Releases. Hier ist aber ganz viel TV dabei. Ich will ja ein Movie, also ein Film suchen. Das heißt, ich nehme eine Kategorie, das wird hier abgekürzt mit Cats, das sieht man auch rechts. Und hier kippe ich Movie ein. Also Movies, nicht Movie, habt ihr gerade gesehen. So, da muss man ein bisschen drauf achten, weil hier steht ja auch Movies. Okay, jetzt sieht das übersichtlicher aus. Aber ich habe ja auch gesagt, die Sprache müssen wir noch bestimmen. Also gebe ich noch ein Language, ist gleich German. Und auch da wird dann weiter aussortiert. Man hat jetzt im Grunde ja schon seine Ergebnisliste fast so, wie man sie haben will. Was allerdings jetzt zum Beispiel nervt, sind dann hier Fight Club 2 oder sowas. Das kann man rausfüllen, indem man das, wenn man das Jahr von dem Film weiß, also zum Beispiel 1999, tue ich jetzt hier in die normale Suche mit rein. Und jetzt habe ich nur noch zwei Ergebnisse übrig. Und das sind im Grunde die, die ich haben will. Jetzt klicke ich mal hier auf dieses Ergebnis mit Defused. Und wenn ihr euch jetzt fragt, woher weiß ich denn, was ich da bei Tags eingeben kann. Naja, ihr macht einfach mal so beispielhaft ein Ergebnis einfach auf. Und hier sind dann schon die Tags zu sehen. Und genau die habe ich jetzt zum Suchen auch benutzt. Und auch bei Language steht halt hier einfach German dabei. Ja, jetzt bietet uns 3DB an, hier auf Torrent und Usenet zu suchen. Und dann wird als deutscher Nutzer ziemlich schwierig werden, da was zu finden. Deshalb kopiere ich mir jetzt einfach den Release-Namen in die Zwischenablage mit Steuerung C. Und ja, was könnte ich jetzt machen? Jetzt könnte ich zum Beispiel die LumenDB benutzen. Das ist die Datenbank, wo alles reinkommt, was auf Google nicht mehr zu finden ist. Also sogenannte DMCA-Copyright-Complains. Da hat uns die Content-Industrie schon fein sauberlich raussortiert, was interessant sein könnte. Also leider ist hier die Suche ein bisschen blöd. Zumindest bin ich zu blöd, die zu bedienen. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Also da kann man sich nicht wirklich drauf verlassen. Auch bei Google werde ich dann nichts Vernünftiges finden in der Regel, weil das alles schon rausgefiltert wurde von der Copyright-Mafia. Eine andere Möglichkeit, die ihr hier habt, ist, diesen Titel einfach bei anderen Suchmaschinen zu benutzen. Zum Beispiel Quant. Da suche ich einmal danach und pique hier. Auch funktioniert nicht immer alles. Zum Beispiel hier sagt er auch, no results found. Man kann hier auch ein bisschen das alles manipulieren. Aber hier findet er zum Beispiel nichts. Aber auf Quant hat er ein bisschen was gefunden. Zum Beispiel hier bei HD World. Dort finde ich also tatsächlich den Film. Und hier unten entsprechend die Links zu den Hostern. Was geht noch? Piktorrent.com. Ja, das ist halt, Torrent ist immer ein bisschen schwieriger aus Deutschland. Entweder muss man sich da mit VPN absichern oder hat eine Seedbox. Ja, und so richtig schön hat er hier auch nichts gefunden. Also es nimmt einem jetzt nicht die ganze Arbeit ab. Ich kann natürlich hier auch mal den Release-Titel hier suchen. Und hier habe ich dann tatsächlich was gefunden von Diffused. Kann ich mal draufklicken. Und tatsächlich, das sieht vielversprechend aus. Hier sind jetzt zwar keine Seeders und Leechers. Wie gesagt, Deutschland ist schwierig. Aber hier gibt es zum Beispiel den Magnet-Link dazu. Also, nochmal zusammengefasst. Wir suchen uns auf PreDB den genauen Release-Titel. Dafür ist PreDB geeignet, weil ich halt hier eben gut suchen und filtern kann. Habe ich den Release-Titel gefunden, dann kann ich solche alternativen Suchmaschinen nutzen. Ich werde von diesen Suchmaschinen auch mal ein paar natürlich verlinken in der Videobeschreibung. Die sind ja völlig legal. Und muss halt hoffen, dass da die Sachen nicht gefiltert worden sind. Wenn ihr jetzt natürlich bestimmte Methoden habt, wie ihr die interessanten Sachen aus dem Internet raussucht, dann seid auch so nett, schreibt es mal bitte in die Kommentare, falls ihr da ein paar Tipps und Tricks habt. Wenn was Interessantes dabei ist, werde ich den Kommentar auch entsprechend pinnen.